Die 10-jährige Anwarna-Tochter des Contendo 1 aus seiner Mutter von Canus ist geboren in Bölkau bei der Züchtergemeinschaft Bösch und wird geritten von James William Passy. Lose, Lose. Lose, Lose, Lose. Jetzt wieder Lose. Lose, Lose. Einmal. Wenn die anderen kommen, dann Auge auf den Finger. Und hier so einen schönen, großen, dicken Berlin. Die schmeckt lecker. Nein, das kommt das für uns. Danke. Die deklarieren das. Jetzt kommt der auch wieder auf den A. Die zwei kommen jetzt auch an. Hast du einen Kohl? Ja. 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 Jirka La Cortina und James William Passy kommen 0 ins Ziel in 71,7 und 4 Sekunden. Die zweite strafpunktfreie Runde bis Hengen. Vom Accurado 1 aus seiner Mutter von Nimmadoras. Nun ist bei uns die 10-jährige Hannoveraner Stute Jirka La Cortina vom Contendo 1 und Canus und vom Reitverein Kuhstedt aus Australien begrüßen wir James William Passy. Grüße von Nimmadoras. Wom Accurado 1 über 133 bis 20 bis 21. für die 225 Jahre von Nimmadoras ist. Guten Tag noch mal. Vom Accurado 1 über 148 bis 20. Und wir haben ihn auch schon mit der room. Vor 2. Vor 1. Vor 3. Vor 5. Vorne 3. Vor 3. Vor 3. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.